Oh mein Gott! Leute, weiter geht's! Ich schätze deinen Enthusiasmusklen! Ach du meinst, bitte! Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, Leute, ganz ehrlich. Okay. Boom. Nee, da kommen schon wieder neue Leute. Gott, ey. Komm schon. Es sind halt wirklich echt verdammt viele, ne? Oh mein Gott, der Hund. Oh nee, jetzt werden das Special-Attacken blockiert wegen diesem Hund gedöhnt. Okay, wir haben welche Platz gemacht wieder? Gott, ey. Jetzt ist Maria. Ja. Ja. Oh Gott, kurz chillen. Kurz chillen. Und warum genau chillen wir nicht? Och du meine Güte. Ein bisschen flüchten hier. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Leben gerettet, Leute. Einfach sein Leben gerettet. Ich stecke fest. Harry, alles okay? Ja, mein Kopf. Wir müssen weg. Jetzt. Ja, es ist Maria. Wenn wir uns nicht bewegen, sieht er uns nicht. Natürlich hat er uns erkannt. Der weiß ganz genau, dass ich nicht... KI halt, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das mit deinem Anzug? Eine Ahnung. Der Alarm hat mich durcheinander gebracht. Hauptsache, es geht dir gut. Oh. Raketen, Raketen und Robotervögel? Vergiss nicht die Roboterhunde. Was will uns als nächstes töten? Oh nee, ich wollte auf das Ding trauen. Komm schon. Boah, Leute. Das ist richtig stressig. Können wir das irgendwie schätzen? Jo, wir schaffen das hoffentlich. Ich bin zuversichtlich. Boom. In your face. Boah, ist schon ein brutales Game hier, oder? Also ganz ehrlich. Ich hätte mir das nicht so brutal vorgestellt. Das ist schon brutal, Leute. Oder? Das ist nicht ernst. Was ist denn? Was ist denn? Ah! Das ist schon wieder freie Schussbahn. Das ist schon wieder irgendeiner. Herr Lehrer. Herr Lehrer. Langsam wird's anstrengend. Wo ist der Typ bloß? Ach, das fängt ihn jetzt erst auf, dass es jetzt anstrengend wird. Das fängt ihn jetzt auf, dass es anstrengend wird. Ich denke mir schon die ganze Zeit, ich brauche irgendwie eine Chill-Time. Das fängt ihn anstrengend. Oha! Ja klar, meine Streams sind deshalb immer auf 18 gestellt, Leute. Langsam werde ich nervös. Sicher, dass wir das schaffen? Aber Logo, wir sind die Spider-Freunde. Okay! Die Spider-Freunde. Da ist unser Mann! Wie ist der Plan? Holen wir ihn uns. Ich starte ein Ablenkungsmanöver. Versuch du ihn zu befreien. Okay. Sie werden so schnell groß. Ist halt echt so. Warte mal. Ich hole dich hier raus, okay? Kannst du nicht. Wir haben alles verkabelt. Dann entkabele ich es. Oh oh. Was habe ich dir gesagt? Sorry. Ist mein erster Tag. Ich brauche Hilfe. Bin gleich zurück. Werden die größer? Alter. Was ist denn jetzt? Schon wieder irgendwelche Freaks. Also noch einmal durchs Feuer. Und jetzt musst du noch Spitze reißen. Das gehört zum Job. Diese Ironie. Die Spinne kommt nicht hin. Hey, du schuldest mir was. Mal sehen, ob wir entkommen. Nein, ich wollte den großen eigentlich haben. Wo kommen die alle her? Vielleicht kann man die buchen. Aua. Wir müssen diesen Ofen ausschalten. Da. Wenn wir die Maschine mit Kühlmittel überlasten. Oh ne. Ich sag doch mal, wir brauchen mal Pausen kurz. TRACKS